Wir sind mit dem Auftrag hierher gekommen. Es ist nicht, dass man gesagt hat, mach mal Urlaub in West-Berlin, sondern hey, du bist umzingelt von Kommunisten und Ostdeutschen, die ja möglicherweise, nein, nicht möglicherweise, sondern jederzeit, wenn sie wollten, über die Mauer kommen können. Was magst du denn? Und das war ein Rumpf von Soldaten, die eigentlich, das wussten wir alle, aushalten müssten, bis auf jemanden von Westdeutschland wieder durch diese 120 Kilometer kommen könnten, um uns zu unterstützen. Also das, niemand, den ich kannte, der hier stationiert war, hat das als Spiel gesehen. Das war schon, ja, wie gesagt, wenn sie Leute an der Mauer abknallen vor deiner Nase, weißt du ganz genau, wozu du hier bist. Das waren alle West-Berliner nicht klar. Gab es genügend Amigo Home und, aber ich sage mal für mich, ich habe mich nicht beirren lassen. Ich wusste, wieso ich hier war. Ich wusste auch, dass zu genießen, was in Berlin angeboten war, aber es war ganz klar, was wir hier gemacht haben oder machen sollten. Was war denn ganz konkret der Auftrag? Naja, West-Berlin, zu zeigen, dass West-Berlin noch zu uns gehört, das heißt, die Alliierten, aber auch nach Ost-Berlin. Das war ja damals schon ungeschriebene Dienstbefehl, einmal alle 30 Tage mindestens nach Ost-Berlin. Im Uniform, müssen wir ja auch, weil ohne Uniform wirst du gleich Spionen, einmal pro Monat nach Ost-Berlin im Uniform, um die Rüsten zu zeigen, hey, das ist auch unser Teil von der Stadt. Wenn wir durch Checkpoint Charlie gingen, dürfen wir eigentlich mit der ostdeutschen Grenze gar nicht reden. Wir haben immer ein Heft bekommen auf Deutschstandard, bringen Sie mir bitte einen russischen Offizier, für den Fall, dass irgendjemand einen Autounfall hat oder so. Aber die haben gesagt, rede mit den Ostdeutschen nicht, die existieren nicht für uns. Die Russen haben gesagt, dass die Ostdeutschen eigentlich schon die Verantwortung für Ost-Berlin hatten. Wir haben das aber nicht so gesehen. Es war eine geteilte Stadt, vier Mächte und deswegen reden wir mit denen nicht, reden wir nur mit den Russen.